Garage Zimmerli, die freundlichste Garage in Kanton Aargau. Unser Betrieb wurde vor über 20 Jahren gegründet und seit 2011 ist Giuseppe Longa der neue Inhaber. Mit Subaru und Suzuki bieten wir hochwertige Allradautos, die perfekt sind für die gebirgige Schweiz sowie langlebig, sicher und ressourcenschonend. Giuseppe Longa führt Sie gerne durch das grosse Neuwagenangebot. Er beantwortet ausführlich alle Fragen und macht Ihnen ein überdurchschnittlich gutes Preis-Leistungs-Angebot. Nach dem Kauf verwöhnt Sie unser bestens geschultes Personal mit hervorragendem und schnellem Service zu vereinbarten Kosten. Auch Lehrlinge gehören zu unserem Team. Dank freundlicher Betreuung und Top-Service verlassen Sie unser Autohaus immer mit einem guten Gefühl. Garage Zimmerli, die freundlichste Garage im Kanton Aargau. Gerne Boebingen und Top-Service verlassen Sie nichts dafür. Alle Treuern von Top-Service verlassen Sie wissen, dass Zeit die Begründel beiget hat sich auf, Bis zum nächsten Mal.